Hey Freunde, was geht ab? Heute schauen wir uns das neue Roblox Stores Update an. Man kann hier unten jetzt einfach reinklicken und wenn man Roblox Stores schon mal geschafft hat, dann kann man hier einfach so ganz viele Modifier auswählen und ich habe noch gar keine Ahnung, was hier überhaupt abgeht, liebe Freunde. Man kann Oho machen, How Unfinished, ey, das ist so komisch. Lights on, Electrical Work, Bad Electrical Work, okay. Okay, El Goblino was hier, more stuff, less stuff. Okay Freunde, ich glaube wir machen einfach mal ein bisschen was an, okay. Ich mache mal, ich mache mal ein bisschen was an, okay. Äh, Injuries und, äh, okay, Good Time, nee, Good Time machen wir aus und das hier. Freunde, ich weiß nicht wie viele Modifier ich jetzt an habe, ich habe vier Stück glaube ich an, Freunde. Wir starten in die Runde rein, let's go, es geht los. Also bis hier scheint ja schon mal alles normal zu sein. Ich habe jetzt einfach vier Modifier an. Ja, habe ich da was gehört? Okay, vielleicht ist doch nicht alles normal. Oh, ich habe auch jetzt, weiß jetzt nicht mal welche Modifier ich angemacht habe. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare und vielleicht könnt ihr mir auch schon reinschreiben, was die bringen, weil ich habe gar keine Ahnung, Freunde. Wir gehen jetzt hier in Tür 1 ein. Ich bin, äh, ja, was heißt ich bin, Freunde. Heute ist Montagabend, wir haben es, äh, 21.10 Uhr. Ich nehme das Video gerade auf, damit ihr das jetzt am Dienstag sehen könnt, Freunde. Ich war gestern noch auf der Gamescom und, äh, seitdem bin ich im absoluten, totalen Stress. Ich versuche jetzt noch eben schnell das Video für euch aufzunehmen, Freunde. Falls ihr das nicht wisst, ich war, äh, letzte Woche auf der Gamescom. Das war richtig, richtig cool da. Und ich muss mich nochmal bei allen entschuldigen, aber ihr habt das vielleicht schon auf TikTok gesehen. Die Gamescom, meine Autogrammstunde mit Abaug zusammen, wurde leider abgebrochen. Wir konnten da leider gar nichts mehr machen. Die Securities haben uns einfach, ja, von der Bühne geschickt. Und dann mussten wir gehen, äh, was ist das denn? Lol, ist das ein Endorse-Bug? Hä? Freunde, habt ihr bei mir zuerst gesehen? Habt ihr bei mir zuerst gesehen? Oh mein Gott, was war das denn? Man konnte durch die Wände gucken. Man konnte durch die Wände gucken einfach. Okay, oder ist das ein Modifier? War das ein Modifier? Oh mein Gott, heftig. Okay, Tür 10, ab jetzt können die Monster kommen. Naja, die Autogrammstunde wurde leider abgesagt. Die, wir haben uns, wir wurden einfach von der Bühne runtergeschickt. Obwohl dann gar nicht mehr so viele waren. Drei, vier, fünf Reihen waren da noch, Freunde. Also die meisten, die das Video sehen, die betrifft es gar nicht. Aber an die, die es betrifft, nochmal, tut mir leid. Wir konnten alleine nichts mehr machen. Aber ich glaube, ich glaube, Abok und ich machen am Wochenende nochmal ein Livestream. Dann können wir da nochmal ein bisschen mehr drüber reden, Freunde. Äh, ich versuche jetzt hier das Doors-Update mir ganz genau anzuschauen. Ich habe vergessen, welche Modifier ich genommen habe. Irgendwas mit Electrical. Aber hier war doch eh Licht an, ne? Aber in dem Level ist sowieso immer Licht am Anfang an, oder? Wenn das so früh ist. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe keine Zeit, das Video aufzunehmen. Deswegen habe ich jetzt einfach irgendwas gemacht. Hä, was ist das denn? Hä, jetzt steht da oben eine 4? What? Hä? Electrical work gone and finished. Injuries, I'm tipping toe here. I'm tipping toe here ist wahrscheinlich Rush. Modifiers 4. Hä, nein. Play again, Freunde. Ich bin einfach gestorben, aber ich muss die Modifier nochmal ändern. Kann ich die Modifier jetzt ändern? Ich bin einfach gestorben, lol. Ich habe nichts gehört. Ich bin einfach gestorben, lol. Ich habe nichts gehört. Okay, neue Runde. Electrical work, gun finishing, gun fishing und injuries. Und I'm tipping toeing hier. Ich glaube, I'm tipping toeing hier ist, äh, ist Rush done. Das heißt, er schleicht. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass wir uns immer umdrehen müssen, um zu schauen, ob er kommt, Freunde. Ey, ich weiß gar nicht, bis zu welcher Tür bin ich denn gerade gekommen? Ey, das ist jetzt voll schwer, Doors. Habt ihr das schon mal geschafft jetzt mit den Challenges? Ey, Freunde. Ja, wie gesagt, ich hatte am Wochenende keine Zeit. Ihr habt vielleicht das Update-Video schon gesehen, wo aber auch nicht zusammengespielt haben. Das haben wir aber schon im Vorhinein aufgenommen, weil wir dachten schon, oh, am Wochenende kommt das Update wahrscheinlich. Aber da war es noch nicht da. Okay, wir haben hier jetzt auf jeden Fall eine Taschenlampe. Nein, wir haben hier, ähm, uns fehlt auf jeden Fall der Schlüssel. Wir haben eine Kerze, Freunde. Oh, Freunde. Ey, ich bin so schlecht indoors mittlerweile, weil ich das schon so lange nicht mehr richtig gezockt habe, Freunde. Aber ich weiß doch, euch gefällt es und mir gefällt es auch, Freunde. Es ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele hier auf Roblox. Ich mag aber auch Murder Mystery sehr, sehr, sehr gerne, Freunde. Murder Mystery 2. Und ich mag auch sehr gerne, wenn ich den Schalter hier ganz früh finde. Freunde, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen, ja, kränkeln eigentlich nicht. Ich bin, äh, bin einfach fertig. Ich habe Halsschmerzen und so weiter, Freunde. Vom ganzen Reden, die Gamescom, die war echt anstrengend. Ich habe auch überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass so viele da waren. Also, dass so viele kommen. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich weiß, das hört ihr wahrscheinlich öfter, aber das war meine erste Autogrammstunde. Ich habe nicht damit gerechnet, Freunde. Komm, wir gehen hier mal weiter. Ich muss aber immer nach hinten gucken und gucken, ob Rush kommt. Da kommt er doch! Mann! Mist, ey. Jetzt bin ich schon wieder gestorben. Okay, Freunde. Dann müssen wir uns jetzt hier ein bisschen mehr Mühe geben bei den Modifiers. Ich gehe hier mal rein und jetzt schauen wir erstmal, okay, was haben wir denn hier? Ich glaube, unten ist es sehr schwer. Roundabout. Roundabout sind Rondelle. Das heißt, wahrscheinlich kann man hier in den Kreis laufen. Das finde ich eigentlich lustig. Äh, requires Hotel Hell. Man kann auch anscheinend neue Sachen freischalten, Freunde. Back for seconds. You can, you really can run. Hm, itchy. Also es juckt. Bugspray. Okay, ich nehme mal Bugspray mit. Think Fast ist mir, glaube ich, jetzt für das erste Video zu schnell. Wash Hour ist mir auch zu gefährlich. Ich mache mal Good Time und, ähm, den Wet Floor, den mache ich auch. Okay, Freunde. Hier kommen. More Stuff kann ich auch noch machen. Und jetzt gehen wir rein, Freunde. Fünf Modifier aktiviert. Wir gehen rein, Freunde. Und ich wünsche uns jetzt auf jeden Fall megamäßig Spaß. Okay, wir haben More Stuff. Wet Floor. Good Times. Bugspray und Roundabout. Freunde, ich rutsche. Ich rutsche. Das seht ihr vielleicht gar nicht richtig. Ich rutsche hier. Wenn ich aufhöre zu laufen, rutsche ich einfach weiter. Hey. Was ist das denn? Das ist ja mega cool. Okay. Ich muss irgendwelche neuen Sachen rausfinden. Bin ich jetzt auch schneller auf dem rutschigen Flur? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dieser Raum war eigentlich nicht in der Tür 1. Ich glaube, der war bisher nie Tür 1. Finde ich crazy. Ey, wir finden jetzt so viele neue Sachen raus. Wenn ihr unbedingt eine Kombination an den, äh, von diesen Dingern hier habt, von den Modifiers, die ich mal spielen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Lasst Krankensupport da, also Like da, lasst einen Kommentar schreiben und so weiter. Damit das Video vom YouTube-Algo gepusht wird. Damit ich weiß, das Video kommt bei euch gut an. Dann mache ich noch weitere Dwarfs-Videos, Freunde. Ich weiß ja, die allermeisten Abonnenten hier auf dem Kanal finden Dwarfs einfach megamäßig cool. Und ich auch, Freunde. Ich habe Angst vor Wasch, dass der jetzt wieder einfach so kommt, Freunde. Aber ich habe ja meine Kerze hier und hoffe, dass der jetzt nicht kommt, Freunde. Es ist mir ein bisschen zu dunkel, aber hier wird es wieder hell, Freunde. Hier wird es wieder hell. Da vorne ist Tür 12. Ich glaube, gerade eben sind wir gar nicht so viel weiter gekommen. Ich habe hier auf jeden Fall ein kleines Bild. Das kommt hier hin. Das große Bild kommt auf die ganz andere Ecke mit dem rutschigen Flur, Freunde. Das müsst ihr mal spielen. Das ist voll lustig. Hä, habe ich das jetzt gar nicht mitgenommen? Ah, lost. Wartet mal. Das Kleine muss ich da hinten hinnehmen. Hä, wie lost bin ich denn? Und das hier kommt jetzt noch da vorne hin. Und dann gilt der Grill, hätte ich beinahe gesagt. Der Kamin runter, Freunde. Ich bin noch so durch den Wind, Freunde. Ich bin so immer noch total im Stress seit der Autogrammstunde, Freunde. Und wenn ihr mich jetzt seht, ihr seht das Video. Und ich bin immer noch im Stress, Freunde. Seit, ah, nice. Seit 17 Uhr am Sonntag bin ich einfach nur im Dauerstress. Oh mein Gott, Freunde. Tür 15. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Tür 100 wäre wirklich richtig fresh. Und warum ist das so rot? Okay, es fängt an zu flackern. Ich brauche einen Schrank. Und? Ab in den Schrank. Ab in den Schrank, Freunde. Der muss jetzt kommen, sonst fliege ich hier aus dem Schrank raus. Schnell. Okay, und das war was. Raus. Licht an. Okay, es geht rechts rum. Ah, nice. Ah, nice. Und welche Tür? Tür 17. Dann müssen wir in Tür 18, liebe Freunde. Ich mache mal Licht an. Hier ist es auch schon wieder so laut, ey. Ich habe auch Angst vor neuen Monstern, dass hier irgendwo ein Jumpscare ist. Und ich mich megamäßig erschrecke, Freunde. Ich muss mich nochmal für meine Stimme entschuldigen. Weil ich... Ah, ich habe auch die Roundabouts aktiviert, ne? Dass wir im Kreis laufen können. Oh Gott. Oh Gott. Und es ist hier so dunkel. Tür 21 aber. Meine Stimme ist so kaputt, weil ich so viel gesprochen habe, Freunde. Okay. Tür 22. Ja, weil das neue Doors Update. Ich feiere es jetzt schon megamäßig. Das neue Doors Update ist richtig cool. Und vielleicht konntet ihr das ja auch schon ein bisschen spielen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich es spielen kann. Ich habe drauf gewartet. Und ich warte auch auf Floor 2. Ich glaube, Floor 2 wird auch richtig cool. Floor 2 ist schon... Könnte schon Baba-mäßig werden. Und... Aber Rush kommt. Oh nein. Da ist er! Schnell wieder raus. Und ab hinterher. Ab schnell dem bösen Rush hinterher. Ich glaube, der will mich hier auch ins Roundabout schicken. Also in Kreisverkehr, Freunde. Ich habe gar keine Lust, hier mich zu verlaufen, ey. Freunde, ihr kennt es vom letzten Jahr. Da habe ich es auch schon erzählt. In meinem Vlog auf meinen Hauptkanal. Dass ich mich einfach die ganze Zeit verlaufen habe auf der Gamescom. Freunde, was soll ich sagen? Dieses Jahr war das nicht anders. Und Freunde, ich verlaufe mich hier gerade auch in dem Raum. Warum verlaufe ich mich hier in dem Raum? Was ist hier schon wieder los? Ich laufe hier mal eine Seite lang. Hä? Okay, es geht anscheinend hier lang. Hoffe ich zumindest. Ah, hier ist das Ding. Ah, jetzt muss ich nur noch den Schalter finden. Und ich habe den Schalter gefunden. Let's go. Oh mein Gott, ey. Es ist so viel schwieriger geworden, Freunde. Allein dieses Rutschen. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was die anderen Modifier bringen. Ich habe auch keine Ahnung, ob man da nochmal nachgucken kann. Aber ich finde es irgendwie lustig. Tür 29. Ey, wie wird die Siegchase jetzt wohl? Wie wird die Siegchase, wenn es rutschig ist? Rutscht Sieg dann auch hin und her? Okay, die Augen sind hier auf jeden Fall noch da. Und ich glaube, es geht jetzt hier schon los beim nassen Flur, Freunde. Let's go. Tür 32. Aber die hätten hier schon noch so richtig Wasser auf den Boden machen können. So richtig viel. Keine Pfützen, sondern so richtig viel. So eine kleine Schicht. Das wäre echt cool gewesen. Freunde. Ey, ich will nicht gegen die Tür laufen. Ey, ich will noch nicht gegen Sieg verlieren, Freunde. Ich will noch nicht gegen Sieg verlieren. Ey. Ey. Okay, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Ich glaube, Sieg ist schon genau hinter mir. Wo muss ich lang? Rechts rum? Oh mein Gott, ich verliere. Oh mein Gott, ich verliere. Oh mein Gott, ich rutsche hier durch. Hoffentlich. Nein, links rum. Nein. Oh. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Oh mein Gott. Kann ich mir einen Rewive kaufen? Ich weiß nicht, ob ich noch genug, äh, Dingens habe. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Okay, ich mache mal einen Rewive. Rewive 30 Robux. Und ich muss mir Robux kaufen. Ich kann mir das, ich kann mir keinen Rewive holen, Freunde. Ey, Freunde. Ich hätte mir jetzt echt gerne einen Rewive geholt. Aber leider habe ich nicht genug Robux gerade. Deswegen kann ich mir keinen Rewive holen. Alter, was hat der für einen coolen Skin, Freunde. Ey, das Video hat megamäßig Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, dass ich noch so ein Video aufnehme, lasst den Like da. Dann nehme ich heute jetzt am Dienstag, wenn ihr das Video seht, noch eine Runde auf, Freunde. Für morgen oder so. Also, liked alle das Video. Und ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir jetzt das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao. Und ich würde sagen, wenn ihr das Video gefallen hat, dann schau dir das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wenn ihr das Video gefallen hat, dann schau dir das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wenn ihr das Video gefallen hat.